Dieser Ford Transit steht hier zum Verkauf. Drei Personen haben in diesem großen weißen 5 Thüringen Transporter Platz. Der Transporter besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, Bordcomputer, elektrische Fensterheber, Multifunktionslenkrad und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 155 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 4,1 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 30.869 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohaus Ködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Besterilant時間 Green� Bester 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 Beste Bester Bester B gnakukan Bester